So Leute, wir haben gerade hier den Affen abhauen gesehen. Der arme Affe. Das können wir doch eigentlich mal machen, oder? Ja. Ja, ich kriege uns zwar jetzt persönlich nichts, aber... Scheiße, ging mir das nochmal. Ich weiß es ungefähr. Hier war irgendwo... Hier war so ein Loch. Wenn man da reingeht, ist da ein Boss? Aber wo ist der? Ich weiß es nicht, ey. Das ist ja Mist. Warte, 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 warte. Ich habe ja gesehen, dass wir doch schon... Naja. Und denen keine Fußboden lassen werden. Das muss ja eigentlich hier unten sein, oder? Ja, toll. Das tut mir jetzt viel. Ich bin überall Fußball-Unterrasse. Ähm, ja. Ich bin überall zugregen. Ich bin überall drin. Die dernière sa cm kam. Grein. Oh! Nee, ich bin immer dabei. Ja, ich finde, das sind überall Fußspuren. Oh. Wo ist dieser Scheiß, Mann? Das kann nicht so weit weg sein. Oh, sieh, das ist der miche Äffchen, Mann. Das ist ja ganz flatt absuchen, oder was? Hier. Das wird sein. Was ist denn für eine Null? Na? Oh, wie nervig. Oh, mein Gott. Na? Oh. Doch, und der hat diesen Arm außen fertig gemacht, hier. Schlechte Affe. Ja, ihr seht schon, die Gegner sind nicht sehr abwechslungsreich. Oh, ich glaube, der ist jetzt hier drin, oder? Nee. Armes Äffchen. Er wacht auf. Mein Gott. Mein Gott, wir versuchen, die Situation zu erklären. Mein Gott, der Affe schaute sich um. Oh, Mann. Kein Problem. Ja, das war der Strand. Hä? Ich bin doch nicht da reingesprungen, oder? Egal. Den abholen wir uns jetzt. Es muss einfach sein. Na. Oh, komm. Mach keinen Scheiß. Na also, na also, na also. Hä? So, eventuell. Nicht. Das ist ein Scheißherr, was am Blut hängen. Mein Gott, dann halt nicht. Scheiß Dreck. Ich wollte auch nur meinen. Ja, ist klar. Jetzt muss raus, diesen dämlichen Strand hier. So, jetzt geht's weiter an dieses dämliche Tal da unten. Dallintal. Nee, warte. Ich glaube, unten ist es sogar schneller. Wenn der möchte, wir können ja jetzt springen, das ist ja richtig geil. Wir können ja rüberspringen, ja. Praktisch. Hier müssen wir rein. Okay, das ist echt eine Scheiße jetzt. Ah. Tolle Musik, wenn ihr sie hört. Ähm, ja. Sehr tolle Musik. Okay, Leute, wir gehen zum nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal.